beeindruckend. Also kompetent auf alle Fälle, dann viel Service und man fühlt sich halt einfach aufgehoben, also man fühlt sich wohl hier. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber ich war halt sehr positiv überrascht, wie sehr modern die Klinik ausgestattet ist, weil man praktisch nur deutsche Zahnärzte bis jetzt gekannt hat und deswegen war ich eigentlich positiv überrascht, wie weit oder welche Möglichkeiten da schon vorhanden sind. Zum einen natürlich der Preis, das ist natürlich schon maßgeblich und halt zum anderen einfach die Rundumbetreuung. Also dass man praktisch von Reinkommen bis zum Rausgehen eigentlich immer sich gut betreut fühlt und nicht bloß wie eine schnelle Nummer sozusagen. Also jetzt das Endergebnis ist natürlich super, ich habe das Gefühl, ich kann wieder ganz, bzw. ich habe schon ganz normal wieder gegessen. Gut, jetzt habe ich natürlich noch den Vergleich zum Provisorium, das ist natürlich ein großer Unterschied jetzt noch mal. Und vorher halt mit meinen restlichen Zähnchen, die ich noch hatte, kann ich natürlich jetzt wieder alles beißen oder alles. Und vor allem ist es halt angenehm, dass die Zähne schön fest sind. Ich muss nicht überlegen beim Reden oder sonst was. Also es ist halt optimal, sage ich es mal. Also ich fühle mich sehr wohl damit. Ja, ich fühle mich sehr wohl damit. Ja, ich fühle mich sehr wohl damit. Ja, ich fühle mich sehr wohl damit. Ja... Ja. Herzlich willkommen.